recht herzlich willkommen zur 189 folge von towns ja letztes mal war da noch der händler gekommen genau da oben ist es dann wollen wir mal schauen was hat man denn alles so gesehen gute frage ja was möchte er haben das ist das nächste die kann er alle haben kann er auch haben sand gibt es auch was anderes hier kann er auch noch haben da haben wir ein bisschen was von ihm und wir gucken mal hat man nicht kerzen letztes mal gesehen auch die kummer gebrauchen ne und sonst ist das hier unten gott bonsai tree ok statu noch eine blumenbeet noch was noch mehr von dem zeug also dolle sachen da jetzt nicht bei die wir haben müssen die laternen waren schon das einzigste in dem sinne ne bett geht auch noch ja machen wir so ganz einfach und fertig los geht's der weg laufen lassen und wir waren hier noch bei wo wir gar nicht wissen wo da was hinkommen ach jetzt haben wir da wahrscheinlich schon wieder was falsch gemacht ja super oder unlock also irgendwo können die da durchgehen ich weiß nur noch nicht wo ach da vielleicht das könnte natürlich sein dann weiß ich aber gar nicht wo ach so der sitzt da ne dann ist das ja alles soweit richtig eigentlich aber wie man sieht ist die mauer hier hinten schon mal sehr gut fertig weil die gehen sonst wo lang ne und was holt er jetzt und das weiß ich auch nicht da kommen auf jeden fall steine das ist schon mal gut ok das loch ist gestopft das heißt die loben woanders durch und das wahrscheinlich hier oder so er kam da jetzt nicht mehr lang oder wie sehe ich das da sondern falsche stein das doof gelaufen kommen dann lassen wir hier schnell aufs dach gehen und hier fehlen noch steine ach da ist auch schon eine zweite etage drauf ok dann bauen wir da noch ein paar mehr dann holen die der hoffentlich hinten wieder weg die wir da falsch gesetzt haben passt einer ist schon sogar weg zweite wird jetzt geholt oder wie ist das der kann ja wohl weg mal so steine hier so das passt da kommt neuer stein ok der ist jetzt dahinter gesetzt worden wohl so er hat ihn da weg holt das ist super da können die darunter aber das den machen wir haben wir an lockt und den auch an lockt weil ich glaube nicht dass die beiden dahin müssen da ist auch noch ein falscher gut so wo kommt der hin da das passt auch so daneben kann dann auch einer und das ist nur eine steinreihe das heißt da muss definitiv noch welche drauf ja gucken wir mal ok und da können die dann auch noch rüber weil das nicht passend hoch ist glaube so der den darüber gemacht und kann da irgendwo durch ja das versteht keiner na also das problem die ich dann wohl eher hier den dort so jetzt müsste es aber funktionieren oder weiß es aber auch nicht so jetzt kommen da welche mit dem stein an die laufen immer noch hier unten durch irgendwo ganz wieder dunkel draußen das könnte das da sein ich weiß nicht wo die steine stehen gute frage ne weiß man jetzt nicht wirklich wo das da ist wenn die karte drehen könnte wird man das wahrscheinlich sofort sehen ne der wird doch jetzt da oben nicht verhungern oder wir müssen da unbedingt einen hinsetzen wahrscheinlich okay aber der müsste ja hier lang können oder schwierige lage da gerade der konnte da wieder durchgehen noch da unten ist da der stein am fehlen komisch so kommt der hin wieder unten durch und dahin okay der kamer hoch obwohl nicht runter oder doch okay jetzt kann er da abhauen ziemlich schwierig hier ne tja wer weiß wer weiß lass uns gerade noch wieder da oben was hinsetzen damit das wieder klappt mit dem weg holen des einen steins da also das passt ja hier eigentlich ne vielleicht hätten wir die mauer doch anders bauen sollen dann hätten wir das auch gesehen wie es geht ne tja der ist jetzt weggeholt worden ne also die beiden sind passend die drei sind auch passend hier sieht man dass da irgendwas anders ist weil der ist anders wie der oder ne das war falsch das ist richtig und wenn ich jetzt dahin gehe dann kann ich so eigentlich machen ne ist schon sehr eigenartig da ist aber ein stein das wird es ja nicht da stehen so jetzt nochmal dahin ich glaube dann ist es richtig erst ne hier ist irgendwo was falsch Unlock 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 Und da war das Loch wahrscheinlich Gucken wir mal was die machen aber ich glaube das Spiel ist in Pause Kann das sein? Ne der wartet noch auf was Und dann haben wir wahrscheinlich den Angriff Genau so sieht es aus Okay die paar Schleime die gehen so kaputt zu machen da brauchen wir nicht drüber achten So dann nochmal hoch und gucken was die hier machen ne Ja Wo war das jetzt? Hier ne? Ja Wo war das jetzt? Hier ne? Ja Hier ne? Ja Also ich glaube wir machen das nochmal weg Unlock Unlock So hier ist ja alles prima Hier auch Da konnten sie deswegen rüber Hier nicht Diese Mauer steht eigentlich wohl Ich glaube hier ist alles fertig Aber hier Kommen die glaube ich noch rüber ne? Ach ne da ist ja noch eine Etage drüber Das sieht dann gut aus Hier sieht es irgendwie auch so aus Als ob da was falsch gelaufen ist Hier ist definitiv die Mauer so Und nimmst du den weg können sie da durch ne? Oder wie war das? So Das wird noch geklappt Das hier noch alles auch richtig Und bin ich mir nicht sicher Vielleicht muss da noch ein bisschen was länger Machen wir mal Vielleicht holen die ja auch noch die da hinten weg So Hm Hm Noch im Angriff Super Die bösen, bösen Dachse Lass sie weiter laufen So Die holen jetzt auch schon diese weg Hat das schon mal richtig geklappt Der wird da auch weggeholt Ich baue die jetzt erstmal alle weg hier Wo sind die jetzt weggeholt worden? Gute Frage Nächste Frage Ja 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 Die bauen das da hin Wo läuft der hin? Wo läuft der hin? Sehr interessant Wo läuft der jetzt hin? Hä? Was macht der? Der hat sich verlaufen Tolle Physik, wa? Tolle Physik, wa? Okay Und? Kommt er wieder? Ah, da sind drei neue Bewohner gekommen Jo Hat noch geklappt, ne? So So Die sind durchs Tor rein Das passt also Ja Wo sind wir hier? Da sind wir da Dann können wir hier eigentlich noch grad mal Ein bisschen was weiter bauen Damit wir Steine loswerden Die wir hier ja noch haben Jo Ich baue das mal ab hier Ich weiß nicht, wie es da richtig ist Und deswegen Schauen wir mal, dass wir es irgendwie hinkriegen So Gucken wir hier mal das ab Das ist schon mal gut Okay Okay Dann wieder welche hinbauen Zwei kommen Das hat auch geklappt, sogar da oben weg Hätte ich jetzt nicht gedacht Unlock Unlock Und Unlock Der wird auch abgeholt Das passt da also Der kriegt auch einen Unlock Unlock Da ist nur einer, den nehmen wir auch grad weg, oder? Ne, die können jetzt noch bleiben Der Stein Unlock Und der auch Unlock Unlock Neue Mauer bauen Okay Fünf von hier bitte holen Mhm Mhm So, die haben wir jetzt wieder hier hin, weil wir bauen. So, dann sollten die auch wieder da weggeholt werden. Und dann werden wir gleich sehen, wenn das da weg ist, wie die Bauer kommt. Ah, da sieht man schon mal, dass da was in der Luft gebaut ist. So, dann kann der da ja auch noch anlockt gemacht werden. Mal gucken, ob das klappt, die da wegzuholen. Einer kommt, nimmt den da weg und das klappt hier wahrscheinlich dann nicht, wa? Gucken wir, ob das mit dem Scarfold klappt. Da kommt er. Okay, der hat da jetzt einen gebaut. Machen wir die vier noch. Ah ja, der eine ist schon weggenommen worden. Delete. Der wird auch weggeholt. Unlock. Ne, da sind wir falsch, da sind wir richtig. Und da sind wir auch richtig. So, der kommt ja gleich weg. So, dann können wir eigentlich da wieder einen hinsetzen. Das sollte eigentlich funktionieren. Da kommt jetzt einer, nimmt den da weg und setzt den da hin. Zweiter auch. Passt. Das ist natürlich dunkel. Immer nix. So, Steine da platziert. Den Scarfold, der muss einer noch abbauen. Schön, wenn das funktioniert. So, die sind schon mal passend. Da noch einen hin und dann würde ich gerne da auch noch einen hin machen. Steine sind da, die können also welche bauen und die laufen hier auch, um die dann da zu bauen. Das passt also. Ja, und dann müssen wir mal gucken, dass wir die Baustellen von hinten nach vorne ziehen. Und wir sehen, wie es klappt. Hier ist doch auch noch, oder? Ne, das sieht nur so aus. Da ist noch alles richtig. Gut. Der ist jetzt weg. Und der kommt da hin. Gut. So, auf ein neues. Und zwar müssen wir jetzt von da bis nach da eine Mauer bauen. Und dann natürlich auch von da zwei nach hier. Und dann ist das schon passend, oder? Dann ist die ja durchgehend bis auf diesen grünen Felsen da. Oder was auch immer das ist. Gut. Okay. Hier liegen so viele Steine auf dem Weg dahin. vom Steinzentrallager. Hier sind ja auch Steine, oder? Guck mal, da werden schon welche getragen und dahin gebracht. Gucken wir mal gerade. Das passt. Das ist schon mal gut. So, noch einer da hin. Ja. Und einer in die Ecke. Zwei fehlen jetzt hier noch. So, und da können wir bis nach da auch noch welche draufsetzen. So, der kommt vorne hin. Und dann fehlt noch einer da. Dann ist diese Ebene eigentlich fertig. Und jetzt kommt der. Ich weiß nicht, ob das diese Lücke ist. Ist es. Gut. So, und dann müssen wir von da. Wir müssen noch da das bauen. Und von dort bis da. Und die beiden dann auch noch. So, das sollte funktionieren. Die Mauer ist da überall hoch genug. Jetzt gucken wir mal, wo der lang geht. Ach so, der geht mal hier vorne. Okay. Ja, da kommt noch ein Stein. Der ist auch passend. Die Kuh musste jetzt weichen. Das ist eine Kuh. Eine Bulle. So, jetzt ist wieder irgendwo eine Pause dran. Ist der Händler immer noch da? Nein. Da kommt schon ein neuer. Ne, wir haben irgendwo einen Angriff. Ah, da waren sie. Ein paar Spinnen. Läuft nicht wichtig. So. Kommt jetzt der nächste im Packwasser drauf. Noch läuft das. Ich glaube, da fehlt uns noch ein Stein. Können wir aber vertun. 3, 4, 5 müssten es noch sein. Noch 4. Hier. Der kann hier schon mal nicht mehr runter. Weil es zu hoch ist. So. Jetzt lassen wir noch ein paar Steine kommen. Ja. Laufen auf jeden Fall schon immer zur gleichen Stelle. Das ist schon mal gut. Jetzt. So. Er kann auf die Mauer da noch. Das wollen wir schon mal nicht mehr. Das wollen wir also noch ändern. Das ist gut. Er kann von da aus runter. weiter. Ah, er kann da schon mal nicht mehr hoch. Das ist super. Er kann da aber hoch. Das bedeutet, da müssen schon mal noch welche hin. Da kommt neuer Stein, der von hier unten gebracht werden muss. Das ist super. Okay. Er kann da jetzt nicht runter, oder? Das Huhn konnte da gerade runter, das heißt, da muss auch noch was verstärkt werden. Daneben können sie runter. Einer da rein. Und der geht daneben her noch. Baut das da hin. So, wenn der da hinten in die Lücke kommt, dann sehen wir, dass der nicht wieder zurück kann. Dann passt's. Das ist ja natürlich unten stehen geblieben. Ist klar, ne? Und hier kommen wir auch noch drauf. Da geht's auch noch nebenher. Okay. Okay. Der Stein muss da unbedingt hin, damit man da nicht rüber kann. So, jetzt sehen wir, ob er da weg kann oder nicht. Also hier geht noch. Er sucht wahrscheinlich gerade einen Weg, wie er da wegkommt, ne? Da kommt ein Stein. Ich hoffe, der kommt frühzeitig da hin. Leider nicht, weil der geht nämlich da jetzt runter. Ja. Ist eine gute Frage, ne? So, da kommt der Stein. Da geht die Mauer hinterher. Und da kann er auch noch runter. Dann machen wir beide noch hin. Wollte dann funktionieren. Ja. Ist die Frage, wann die fertig werden, ne? Ja, eine lange Folge wird das jetzt durch diese Mauer, ne? Die wir da abreißen, mussten wir da aufbauen. Aber jetzt möchte ich's gerne noch wissen, ob die zwei... Wo gehen die alle hin? Keine Ahnung. Auf jeden Fall kommen da zwei Steine, die wir jetzt hier noch brauchen. Okay, der läuft da hin. Läuft da. So, jetzt ist schwierig, ne? Wir werden mal hier hinten noch einen hinsetzen. Und gucken, wo der Lang gebaut wird. Also lang läuft. Und das war ja hier auch noch schlecht, ne? Also dann setzen wir nachher notfalls da noch einen hin. Die holen die Steine aus dem Keller, alle, ne? Das sind alles Träger, die jetzt nichts zu tun haben. Und dann holen die Steine aus dem Keller. Hm. Die kommen aber auch alle wieder hoch, ohne was in der Hand zu haben, oder? Ja, weiß ich auch nicht. So, jetzt bitte einmal hier zwei. Ah. Wer ist das? Ist ja nicht verkehrt, dass diese Person da ist, weil dann können wir sehen, wo die Lang läuft. Der läuft jetzt da lang. Geht über die Zinnen hoch. Baut den da hin. Hat jetzt keinen anderen Weg runter wahrscheinlich. Ah. Hier geht es irgendwo noch runter. Ja. Doof gelaufen. Ja. Nützt nix, ne? Wir müssen schauen. Das war dann in der nächsten Folge nochmal rüber gucken. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss. Tschüss.